Tor. 1, 1. Köln schlägt zurück. Flanke von der rechten Seite durch Heinz, Modeste läuft Westergaard am ersten Pfosten davon und ist mit dem Kopf zur Stelle, Westergaard fälscht die Kugel noch ab, sodass Sommer auf dem falschen Fuß erwischt wird und nichts mehr ausrichten kann. Anthony M. Buagogo Modeste, Stern 14. April 1988 in Cannes, ist ein französischer Fußballspieler, der beim 1. FC Köln unter Vertrag steht.